ja liebe fahrschulfreunde minkwan hat die prüfung bestanden gleich beim ersten mal hat da den führerschein im sack super minkwan freut mich echt für dich und wie fühlst du dich jetzt ja gut gut ja und was machst du gleich als erstes autofahren autofahren duhst du gleich los musst aber aufpassen gut ja minkwan hat jetzt die prüfung gestanden und für ihn geht es jetzt weiter mit den weiterbildungskursen und ich hoffe du machst sie auch in den nächsten drei jahren ansonsten sehe ich dich hier wieder und dann geht es noch strenger zur sache gut mit wann gibt es noch irgendetwas was du gerne den leuten mitteilen möchtest ja der beste verlierer der beste schüler gut gut das war's liebe freunde ja und wer alles einen führerschein braucht kommt zur fahrschule berold bärenstark zum führerschein tschüss fahrschule 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020